Ja Leute, die YCS steht vor der Tür und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist Meta und was nicht und das schauen wir uns jetzt an. Ja Leute, die YCS steht vor der Tür, um genau zu sein, YCS Utrecht und da wollen wir uns natürlich angucken, was ist aktuell Meta und worauf muss man sich eben vorbereiten. Wir gucken hierbei hier einfach Regional Listen an, bedeutet das sind eben Decks, die eben auf einer Regional getoppt haben. Hier zu Beginn sehen wir jetzt ein Case Tournament, ja das ist keine Regional, ist mir klar, aber es dient eben nur zum Vergleich, wir haben hier noch andere Listen, aber wir fangen einfach mal an. Das Deck to Beat ist natürlich Tier Elements, das ist glaube ich jedem klar, nachdem man die Verbotsliste gesehen hat, Tier Elements wurde nicht gehittet, eigentlich nur eben die Snow wurde weggenommen, ist natürlich ein Hit, der wehtut, aber das Deck selber ist Full Power da. Das Deck wird auf jeden Fall noch Top Tier bleiben, zuletzt ich habe natürlich im Kopf, dass Sprite Top Tier bleibt, aber wir gehen jetzt einfach mal mit Tier Elements, fangen eben mit Tier Elements an und gehen dann weiter rüber. Ja, das hier ist eine Lunalight Variante, es gibt Tier Elements in verschiedenen Varianten, unter anderem eben zum Beispiel die Danger Variante, die Lunalight Variante, die eben wie ihr seht hier nicht unbedingt sich ausschließen oder dann eben auch die Control Variante, eben mit mehr Hand Traps, aber wir fangen jetzt einfach hier an mit einer Lunalight Danger Liste. Wir sehen hier natürlich, dass hier der Mill, also hier Mill Karten sind, die im Friedhof halt gut triggern, sei es eben der Black Wing, sei es der Destrudo oder auch eben der Cloak. Wichtig hier zu erwähnen ist natürlich, dass wir hier mit Spell Canceler spielen, bedeutet also auf Deutsch, Zauberkarten, ja schwierig, gehen halt nicht, bedeutet also allein wegen diesem Deck, allein weil dieses Deck existiert, muss man eben damit rechnen, dass eben eure kompletten Zauberkarten nutzlos sind, bedeutet also, baut euer Deck auf jeden Fall so, dass ihr eben eventuell auch dadurch spielen könnt. Der Vorteil der Lunalight Engine ist einfach, dass wir eben sehr schnell auf Level 4 Monster kommen können, bedeutet also, wir können hier eben schnell eben mal in Dueller, Babuska oder Redoor gehen, aber natürlich können wir auch in unser Reborn Monster gehen, eben um zum Beispiel unseren Spell Canceler spezial zu beschwören. Also, die Engine ist gefährlich, definitiv. Zusätzlich ist natürlich Link Climbing per se möglich, was natürlich auch interessant ist. Zusätzlich muss man bedenken, dass man eben in allgemeinen Tier-Element-Varianten eben auch das Virus spielen kann. Hier wurde es jetzt explizit nicht gespielt, aber man kann verschiedene Viren spielen, bedeutet also zum Beispiel alle Spells oder Traps eben von einem rausnehmen. Dementsprechend, ja, müsst ihr eben aufpassen. Also, ihr merkt, Spells sind nicht so gemocht von Tier-Element. Ja, wie gesagt, hier ist eben ein Bild, wie man spielen kann, muss man natürlich nicht. Hier haben wir dann den nächsten Bild und hier sehen wir halt eher die controlligere Variante. Wir sehen hier eben Hand Traps, natürlich, klar, und eben hier noch Dime Mishes. Ähm, wir haben hier einfach noch Mishes, ebenfalls zusätzlich einfach eben auch für Mystic Mine oder andere Sachen. Ähm, ist natürlich sehr cool, vor allen Dingen natürlich, weil der Discard keine Kosten sind. Nice to have. Ähm, zusätzlich Diddy Crow, gute Hand Trap, brauche ich zu Bremen. Ash Blossom, eine Hand Trap, die wir sehr selten gesehen haben in letzter Zeit, jedoch auch immer stärker wird wieder. Ähm, stimmt zwar, die Karte hat nicht so einen großen Impact, wie zum Beispiel Diddy Crow oder Nibiru, aber die Karte kann eben simple Karten aufhalten, die eventuell dann später zum Problem werden. Sei es zum Beispiel eben einfach nur ein Pod zu verhindern, um eben nicht sechs Karten, dass er die passenden sich picken kann, sondern einfach eben das zu verhindern, dass er eben nur mit das spielen kann, was er hat und ihr dann eben ein simpleres Board hat und da eben dementsprechend dann durchspielen könnt. Ähm, was hier sehr interessant ist, ist Pod of Desires eben mit einer Trap, ähm, ja, gut luck, wenn ihr triffst, schon ein bisschen nervig. Aber natürlich braucht man das Ganze eben nicht, ne. Hier, wie gesagt, eine Variante eher, die aufs Controlling geht, eben aufgrund der Hand Traps. Natürlich Nibiru im Permanent, Nibiru Wailer, extrem stark. Brauchen wir nicht drüber reden, brauchen wir nicht drüber reden. Extra Deck, ähm, ja Leute, Toad ist eine Sache, die auch in diesem Deck möglich ist, auch ohne eine Mischung von Tier-Elements und Sprite. Ähm, natürlich mit Barmutschark hier, ähm, why not, ne, ist natürlich unglaublich stark. Zeus, auch gut, man kann hier halt dementsprechend Felder brechen. Ähm, Side Deck sehen wir hier, Evilly, Evilly allgemeine Karte, die man nicht unterschätzen sollte. Ähm, man muss hier aufpassen, will man hier zu sehr reinspielen oder nicht, immer aufpassen. Und Gamma, ne Hand Trap, die öfter gesightet wird und auch ne Karte ist, die unglaublich stark ist, weil sie eben nicht nur annulliert, wie bei den anderen Hand Traps, sondern eben auch zerstört. Ich wollte sich so lange dran aufhalten an dieser Liste, denn wir haben noch eine Liste. Und zwar auch hier wieder eben, ähm, eine Danger, ähm, mit Lunalight Engine. Ich hab ja gesagt, wir gehen hier einfach mal durch. Und hier haben wir jetzt auch eine Regional und wir sehen, ja, der Ansatz ist halt gleich. Man spielt halt eigentlich immer die drei Mal, also die drei Monster, dann dreimal Parfüm. Manchmal die Trap, manchmal nicht. Das ist dann noch so eine Geschmackssache. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass wir hier noch, äh, Raydraptor Spies drin haben indirekt. Aber letzten Endes ist das auch wieder nur ein Extender. Von daher, okay. Ähm, ja, und zusätzlich natürlich sehen wir hier das Foolish. Also nicht nur das Normale, sondern auch die für die Spell. Ist natürlich klar, eben mit Parfüm. Das ist natürlich absolut stark. Extradeck sehen wir hier auch wieder ein bisschen die Toolbox im Sinne von, wir haben hier eben Rang 4. Hier dementsprechend mit Reptil. Wie gesagt, es gibt da ein paar Veränderungen, aber die Tendenz ist halt klar. Und ich wollte einfach mal zeigen, welche Varianten es gibt. Es gibt zum Beispiel die Control-Variante, eben die Variante. Ihr müsst eben aufpassen, dass ihr dagegen was habt. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ey, easy, ich spiele einfach Dark Ruler, um das ganze Feld zu negieren. Ja, schwierig, wenn ihr keine Spells mehr habt. Ähm, ja, Side-Deck. Ja, Leute, Time-Out ist wieder so ein Ding, ne? Hoi, 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 hoi. Weiter geht's aber, weiter geht's, denn wir haben hier auch einen anderen Ansatz noch. Und zwar Tier-Elements eben mit, ähm, ja, mit Branded oder mit Markiert oder mit Despier, wie auch immer man es nennen möchte. Der Vorteil natürlich hier von der Liste ist, ähm, ja, Branded Fusion, eine absolut starke Karte. Ähm, und zusätzlich natürlich Chimäre auch eine extrem starke Karte. Jedoch die Downside-Dimensionsbarriere hittet dieses Deck doppelt. Also nicht nur, dass du eh schon auf Fusion setzt. Nein, deine andere Engine setzt auch auf Fusion. Dementsprechend Dimensionsbarriere wird dich hier extrem punishen. Dafür ist eben das Deck an sich viel krasser, kann mehr legen. Und hier, ähm, mit Glück markiert, eine extrem gute Karte, die einfach, ähm, ja, Tier-Elements sehr hilft. Wir sehen eben hier den Albion und dreimal, äh, mit Glück markiert. Das ist eine sehr gute Kombination, weil man hier einfach eben um Cherries rumspielen könnte. Ihr seht, Cherries ist allgemein eine Karte, die weniger eben, äh, gesehen wird. Also Reaper wird nicht mehr so oft gespielt. Eben unter anderem, weil es gegen dieses Deck nicht immer garantiert ist, dass du triffst, bevor ein Monster beschwört. Denn wenn wir mit Instant Fusion starten oder mit Glück markiert, können wir instant eben in unseren Kit-Kalos gehen. Und damit war es das Ganze eben mit Reaper. Klar, ihr könnt Reaper dann immer noch machen, eben auf eins der anderen Monster. Aber meist spielt man ja den Kit-Kalos als Target. Und wenn er raus ist, klar, manche spielen zwei, kannst du den zweiten rausnehmen. Aber man kann ihn recyceln. Alles ist so einfach. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, Reaper halt nicht mehr so einfach. Man kann es natürlich trotzdem rein siden, ist dann aber eher so ein 50-50-Ding. Und ich weiß nicht, und gerade in diesem Bild, ähm, kann man natürlich sehr gut, um Reaper rumspielen, weil man eben einfach auch die Branded Dungeon hat, ne? Brauche ich zufrieden. Superpoly ist natürlich noch eine sehr starke Karte. Leute, Superpoly läuft in der Meta rum. Sehr wichtig. Warum sage ich das Ganze? Passt auf, dass euer Board am Ende nicht so Superpoly anfällig ist. Ihr müsst natürlich überlegen, ja, überlegen, wollt ihr jetzt gerade in die Bio rein spielen? Wollt ihr in Superpoly rein spielen? Oder ähnliches? Müsst ihr natürlich ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, ich will ja hier nur zeigen, was eben rumläuft. Und nicht sagen, wie ihr euer Deck baut. Also, wichtig, Superpoly läuft auf jeden Fall rum. Ja, und das ist halt eben die Variante. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Variante, weil wenn wir schon bei Branded sind, dann gehen wir noch mal ein bisschen rüber zu Branded. Und ältlich, ähm, ja, ältlich, Floodgates, was soll ich sagen, ähm, Floodgates existieren immer noch. Und natürlich, ähm, ist ältlich da ein sehr gutes Deck. Es kann spielen, auch unter den Floodgates. Hat ein gutes Game, also ein gutes Grindgame an sich. Klar, irgendwann gehen da auch die Ressourcen aus, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wir haben jetzt eine D auf 3. Ändert natürlich nicht so viel, nur minimale Konstanz. Aber das ist natürlich nett. Aber wir haben hier schon die Pot auf 3. Von daher, ja, ne, hilft halt, einen Slot zu füllen, ne. Wir brauchen jetzt nicht irgendeine Karte spielen, die was anderes macht, sondern die Karte macht das, was sie machen soll. Ähm, ja, hier halt eben zum Deck. Wie gesagt, Floodgates laufen rum, Leute. Hab Backrow Removal auf jeden Fall da. Wichtig. Wichtig und richtig. Kommen wir zum nächsten Deck, und zwar Sprite. Denn, ja, Leute, Sprite ist natürlich auch noch ein großes Thema. Denn aufgrund des Runenkrötenbands heißt nicht, dass dieses Deck komplett nichts kann. Ganz im Gegenteil, das Deck ist immer noch da. Und ja, es gibt keine One-Card-Kombo mehr, mit dem man Doppel-Omini-Gate stellen kann. Jedoch seht ihr schon, die Frösche werden gespielt. Warum? Weil man Kröte hier immer noch spielen können. Man kann eben den Frosch rufen, einfach mit 11 den anderen Frosch wiederholen. Und tadaaa, haben wir den Totally Awesome. Das ist schon ziemlich awesome. Und ja, wir sehen hier auch, dass wir eben mit der, ähm, ja, mit Adventure-Token-Engine spielen. Man kann natürlich Adventure-Token-Engine auch theoretisch in Tier-Element spielen. Gibt es auch viele verschiedene Versionen. Aber hier eben jetzt eben mit der, ähm, hier jetzt eben die Variante mit Sprite und eben, ähm, ja, den Spielmarken. Ist natürlich sehr cool. Erstens, wir kriegen hier natürlich die Möglichkeit, einen Omni-Nagal zu kriegen. Zusätzlich können wir eben Angler-Discarden eben für die Spell. Bedeutet also, wir können hier ganz gute Value rausholen. Ist ein netter Ansatz, ähm, nicht zu unterschätzen. Ist sehr stark. Also allgemein auch Adventure-Token-Engine sieht immer mehr Plays. Also ihr solltet auf jeden Fall auch unter anderem darauf vorbereitet sein, dass eben Adventure auf jeden Fall rumlaufen wird. Und eventuell halt eben entweder Sprite oder eben in Tier-Elements anzufinden sein wird. Und wie gesagt, Sprite, äh, Sprite wird halt immer noch euch den Toad stellen. Also nix mit kein Toad mehr. Aber es war ja irgendwie klar. Ähm, ja, Side-Deck hier. Sense. Ja, Leute, auch Sense existiert noch. Ähm, versteht zwar immer noch nicht warum, aber okay. Ähm, Sense läuft rum. Umlocks werden ebenfalls auf der YCS anzufinden sein. Ähm, weiter geht's hier mit einer anderen Sprite-Liste, die ich einfach mal zeigen wollte. Hier ebenfalls, hier sehen wir auch Angler auf 2. Wir sehen mit der Lilibelle und Light-Sage-Engine. Ihr merkt also, jeder hat irgendwie etwas irgendwie im Main-Deck meist gegen Backrow. Wenn nicht im Main, dann auf jeden Fall im Side. Backrow-Decks wären es auf jeden Fall sehr schwer, denn viele spielen Lightning-Storms, Cosmic-Cyclant. Cosmic-Cyclant ist oft Main. Äh, Evli-Match, auch eine Karte extrem krass ist natürlich. Das da, warum ich drüber reden, ne? Ähm, klar, Red-Reboot ist weg. Hilft natürlich den Decks. Aber, ähm, viele spielen halt viel, weil sie nicht gegen Mine verlieren wollen. Was natürlich klar ist. Und, ähm, zusätzlich natürlich, ähm, die End-Boards haben meist ein, zwei Set. Sei es bei Tier-Elements der Smasher, äh, genau, bei Tier-Elements, ne, sei es bei Sprite der Smasher oder bei Tier-Elements die Trap. Es ist eine Backrow eigentlich immer da. Dementsprechend spielen auch viele eben Main ein Out, einfach um das Feld einfacher zu gestalten. Ja, hier eben die Liste, wie gesagt, wir können hier mit Light-Stage eben zum Beispiel einen Smasher oder die Trap eben locken. Was ganz gut ist. Ähm, extra Deck hier, nix per se besonders. Kommen wir zum nächsten Deck und zwar eine andere Variante von Sprite. Denn ja, Sprite kann man nicht nur auf einer Variante spielen. Nein, man kann sie auf vielen verschiedenen Varianten spielen. Man kann eine Hand-Trap-Version spielen. Man kann eben mit Adventure spielen. Oder man spielt einfach Tribal-Gate. Ja, Leute, Tribal-Gate, äh, geht auch. Ihr seht es ja hier in der Liste. Hat getoppt. Zweiter Platz. Ähm, ja, why not? Und wir sehen hier Hand-Traps drin. Und eben, ähm, ja, einfach die Tier-Begade drin. Und hier fragen wir uns natürlich, was ist die Synergie? Naja, Kit ist Level 2 und Keras ist auch Level 2. Funktioniert perfekt mit den Sprites. Zusätzlich haben wir dadurch Access eben auf Revolt. Und zusätzlich haben wir ebenfalls Access auf dem Bounce. Also das Link-2-Monster. Heißt also, wir haben hier diverse Möglichkeiten, eben mehr Interrupts zu stellen. Und natürlich, Revolt ist eine extrem starke Karte und verliert natürlich auch nicht gegen Dark Ruler. Ähm, von daher ist klar. Zusätzlich haben wir trotzdem noch Platz eben für Hand-Traps. Bedeutet also, die Stack ist auf jeden Fall gefährlich. Und Leute, falls ihr euch wundert, dieses Stack existiert. Also, nicht zu vergessen. Kommen wir zum nächsten Deck. Und das ist nochmal eine ganz andere Variante, wie man Sprite spielen kann. Und zwar Sprite mit Evil-Twin. Und ja, das Ganze geht eben auch. Wir haben hier den Vorteil, einfach aufgrund der Evil-Twins kann man hier auch gut in den Tod gehen. Hier braucht man eben nicht die Frösche zusätzlich, weil man einfach über die Evil-Twins theoretisch in den Tod kommen kann. Ähm, nicht immer. Aber man kann es halt. Ähm, zusätzlich Evil-Twin natürlich One-Card-Combos. Brauchen wir nicht drüber reden, ne. Ähm, ist natürlich sehr, sehr stark. Aber, ähm, ja, das ist die Liste. Braucht nicht viel zu sagen. Hand-Traps, Evil-Twin und Sprite. Wir kennen das alles. Es funktioniert gut. Es harmoniert gut. Und ja, ihr seht ja, zweiter Platz in diesem Fall. Also, warum nicht? Kann Toad stellen. Natürlich extrem stark. Gerade mit 11. Ähm, Side-Deck. Und ja, Leute, übrigens die Thematik Shifter. Habe ich in diesem Video noch gar nicht angesprochen. Aber, Shifter ist eine starke Karte. Und Shifter wird auch rumlaufen. Eventuell Main. Aber vor allen Dingen Side-Decks. Gerade bei Sprite. Sprite hat oft eben den Shifter im Side-Deck. Müsst ihr bedenken. Ne. So, weiter geht's. Eine Karte. Shifter. Wenn wir schon gerade sind. Und zwar Flanderies. Ja, äh, Flanderies. Äh, auf jeden Fall ein krasses Deck schon fast, würde ich sagen. Denn, was kann dieses Deck gut? Es kann Shifter spielen. Und ja, wir sehen jetzt hier halt eine klassische Liste. Will ich nicht groß drauf eingehen. Dieses Deck existiert noch. Ist immer noch stark. Ähm, der First-Turn-Lock. Immer noch gut. Ähm, die Windstatue stark. In diesem Fall sogar noch den Wirbelwind melden. Ähm, krass, dass sie die sogar nicht reingepackt haben. Heftig. Aber natürlich, Shifter kann alleine eben das Spiel für sich entscheiden. Dementsprechend natürlich auch keine schlechte Wahl. Ähm, ja. Und Side-Deck und, ähm, Extra-Deck sind hier jetzt nicht so wichtig. Weil Extra-Deck und Side-Deck ist eh, äh, gerade hier Side-Deck natürlich. Side-Deck ist immer eventbezogen. So. Das jetzt dazu. Und jetzt will ich euch nochmal, ähm, zwei, drei Decks. Ne, drei Decks sein, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Die man jetzt zunächst nicht so auf dem Schirm hat. Denn Leute, Flunderies, okay, hat man vielleicht auf dem Schirm. Aber ein Deck, Mathe-Mech. Ja, Mathe-Mech ist ein Deck-Thema, was du auf dem Schirm haben solltest. Genauso eben Mathe-Mech mit Ad-Eck-Nister oder Ad-Eck-Nister allgemein. Sind Decks, die du nicht vernachlässigen solltest. Diese Decks existieren. Diese Decks sind nicht schlecht. Die haben ein Sleeper-Potenzial im Sinne von, keiner hat die auf dem Schirm, aber sie existieren und sie machen das, was sie machen, ziemlich gut. Und ja, und hier ist eben eine Version davon. Also Leute, für YCS Utrecht, bereitet euch auf Mathe-Mech vor. Dieses Deck hat es ziemlich in sich, gerade eben, weil es sehr konstant ist und vor allen Dingen noch parallel sehr, sehr, sehr viele Hand-Traps spielen kann. Wie gesagt, Side-Deck dementsprechend ist auch relativ flexibel. Man kann hier sehr viel reinpacken, noch mehr Hand-Traps, Back-Row-Hate oder eben sogar, vielleicht geht es eventuell. Also Mathe-Mech auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Eine weitere Variante oder Deckliste, die ihr auf dem Schirm haben solltet, ist Heroes. Ja Leute, Heroes hat jetzt drei Disney-Fusion. Bedeutet also auch hier, ja, man kann jetzt leichter eben dementsprechend fusionieren. Was sehr gut ist. Hilft den Decken auf jeden Fall. Und man darf einfach nicht vergessen, dass dieses Deck eben extrem großes OTK-Potenzial hat. Und wir sehen hier auch noch eine Kombination, denn wir sehen hier Dark Angel eben im Main-Deck. Dark Angel ist auch Spell-Verhinderung, dementsprechend Dark Angel. Ihr braucht irgendwie ein Outfit, vielleicht eventuell für Dark Angel. Ihr seht, das Deck hat es immer noch in sich. Wurde jetzt ein Tick besser, aber keine Angst, ist jetzt nicht das Top-Tier-Deck. Wird jetzt nicht jeder spielen, aber es geht jetzt ja gerade darum, Decks zu erwähnen, die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt. Und darunter zuhört Heroes sicherlich auch. Heroes hat eine große Beliebtheit und der eine oder andere wird das auf jeden Fall spielen. Und falls ihr nicht wisst, was dieses Deck kann, schaut es euch doch mal in Ruhe an. Denn dieses Deck wird garantiert ebenfalls auf der YCS auch gespielt werden. Ein anderes Deck, was auf jeden Fall auch gespielt wird und was nicht wirklich jeder auf dem Schirm hat, ist Crystal Beast. Ja Leute, das lassen wir uns mal sacken. Denn Crystal Beast ist ein Deck, was man nicht unterschätzen sollte. Denn dieses Deck ist ein Shifter-Deck. Shifter ist natürlich extrem stark. Tier-Elements ist wahrscheinlich das Deck to Beat. Klar, dass dann ein Shifter-Deck gutes Potenzial hat. Aber warum ist dieses Deck gut? Ihr seht es schon, es hat eine extrem große Toolbox auf Rang 4. Wir können hier diverse Rang 4s bauen. Das sehr konstant, das ist schon mal ziemlich gut. Wir sehen zusätzlich hier, dass wir eben Power Spells haben, die den Gegner nicht mitspielen lassen. Sei es Tal der Toten, Mystic Mine. Let's go, reicht schon. Zusätzlich haben wir hier die Trap, womit man auch searchen kann. Womit man eben auch Nicorelli searchen kann. Sehr nice. Und wie gesagt, Shifter Main, jedes Deck, was Shifter spielen kann, gut spielen kann. Nicht einfach nur so for free rein. Hat schon Potenzial in der Meta mitzuhalten. Dementsprechend sollte man dieses Deck eben nicht unterschätzen. Weil es einfach sein kann, dass du eben einen Rang 4 abbekommst. Dann zusätzlich noch den Shifter gedrückt bekommst. Und dann denkst du so, hm, was mache ich? Und nächsten Zug wirst du einfach weg-OT-Kart und denkst dir so, okay, was ist denn jetzt hier passiert? Also Leute, Crystal Beast wird garantiert ebenfalls eben auf der YCS zu finden sein. Aber auch hier ist es eine Randerscheinung. Es wird nicht das Top-Tier-Deck sein. Aber ein Deck, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Beziehungsweise wissen sollte eben, was das Ganze kann. Ja, Leute, das war jetzt aber hier eben der kleine Überblick, welche Decks gerade so rumlaufen mit ein paar Randdecks. Ich denke, es gibt einen guten Überblick. Ihr merkt, Sprite und Tier-Element sind natürlich die Top-Tier-Decks per se. Aber auch die anderen Decks, die rumlaufen, haben eine Chance mitzuspielen. Und die solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Nicht, dass ihr am Ende eben aufgeschmissen seid, weil ihr eben etwas abbekommt, wovon ihr einfach nicht wusstet, dass es existiert. Ich hoffe jetzt, dieses Video hat euch gefallen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Seid ihr auf der YCS da oder nicht? Oder werdet ihr eben nur den Livestream gucken? Würde mich freuen und ich würde sagen, das war es von mir und bis bald!